Ja, Bracha! Wir kaufen Villas, wir kaufen Hotels Verspielst du dich über Geld? Geld spielst du dich selbst! Es ist eine Kunstart und da geht's um Umsatz Wie viele Paare hat der Bratan schon gebunkert? Schattet er auf 1? Schattet er auf 100? Bratan, ich release sie, wie man Yara gerade Lust hat!